Hat sich aber gelohnt und deswegen übergebe ich jetzt, ohne groß zu reden, das Mikrofon an den Niklas Schrader von den Linken. Dort ist er hier im Abgeordnetenhaus Sprecher für Drogenpolitik. Niklas, willkommen. Ja, hallo Leute. Schön, dass so viele Leute da sind hier und dass wir trotz dieser Pandemie auf die Straße gehen heute, weil es ist wichtig. Mein Name ist Niklas Schrader. Ich bin für die Linke im Abgeordnetenhaus. Ich bin da Mitglied des Innenausschusses und habe da ziemlich viel zu tun mit diesem ganzen Repressionsapparat, mit Polizei und Justiz. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, dann sieht man, wie viel die sich mit Cannabis eigentlich beschäftigen. In der Kriminalstatistik kann man es ablesen. Ungefähr zwei Drittel der Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz sind Straftaten mit Cannabisbezug. Zwei Drittel. Die arbeiten sich dumm und dusselig an der Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten und von Kleindealern. Das muss man sich wirklich mal reinziehen. Und wir sagen, mit diesem Irrsinn muss Schluss sein. Aber wir haben ja auch, wir haben ja jetzt bald eine Bundestagswahl und auch eine Wahl zum Abgeordnetenhaus. Und dass ein Regierungswechsel was bringen kann, das kann man in Berlin sehen. Wir versuchen hier in Berlin eine andere Drogenpolitik zu machen. Wir haben einige Schritte unternommen. Wir wollen zum Beispiel, dass man in Berlin in Apotheken oder in anderen Abgabestellen legal Cannabis erwerben kann. Wir haben dazu ein Modellprojekt entwickelt mit viel Aufwand und das wurde vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte abgelehnt. Dieses Bundesamt untersteht dem Bundesgesundheitsministerium. Also, Herrn Spahn, und da sage ich euch, solche Leute können wir abwählen. Die müssen wir abwählen. Lasst uns die CDU aus der Regierung rauswerfen. Aber ich kann euch sagen, wir klagen dagegen und wir werden nicht nachlassen, bis wir das in Berlin realisieren können. Wir haben auch in Berlin ein Drug-Checking-Projekt ins Leben gerufen. Das wollen wir dieses Jahr noch starten. Es wird auf dem Schwarzmarkt ziemlich viel Schrott verkauft, das wisst ihr alle. Und wir wollen ermöglichen, dass man mit dem, was man gekauft hat, zu einem Labor gehen kann, das analysieren kann und sich über die gesundheitlichen Risiken informieren kann. Da kann man auch Warnungen aussprechen, dass an irgendeinem Ort gefährliches Zeug verkauft wird, wovon man lieber die Finger lässt. Und ich finde, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Dass wir akzeptieren, dass in dieser Gesellschaft Drogen konsumiert werden und dass man das verantwortungsbewusst und informiert tun können soll. Das ist richtiger Gesundheitsschutz und da werden wir in Berlin vorangehen. Ja, also wir machen in Berlin, was wir können, aber die wirklichen Spielregeln, die werden natürlich auf Bundesebene entschieden. Und das ist einfach ein Skandal, wie wenig da auf Bundesebene in den letzten Jahren passiert ist. In der ganzen Welt gibt es Bewegung. In den USA reihenweise die Bundesstaaten entkriminalisieren Cannabis. Kanada hat es getan. Sogar in Südamerika, da stellt man diesen sinnlosen Drogenkrieg mittlerweile in Frage und entwickelt andere Modelle. Aber in Deutschland regieren immer noch so Leute wie Herr Spahn oder Herr Sehrofer oder Frau Ludwig und verhindern das. Deswegen lasst die uns zusammen abwählen. Lasst uns die CDU aus der Regierung werfen. Ich bitte euch alle, geht zur Wahl. Überlasst nicht den anderen die Zusammensetzung der Parlamente und der Regierung. Geht zur Wahl und wählt Parteien, die eine andere Drogenpolitik wollen. Vielen Dank. Vielen Dank.